Ich heiße Thomas Weber. Ich heiße Thilo Böhm. Mein Name ist Andreas Quasten. Ich heiße Silke Schönecke. Mein Name ist Kai Eggert. In meiner Freizeit mache ich viel ehrenamtliche Politik. Ich bin ja im Ortsrat und im Stadtrat für die CDU-Fraktion. Und sonst mache ich gerne Sport, ich treffe mich gerne mit Freunden, gehe gerne essen mal. Ich spiele selbst manchmal Fußball, ich gucke auch beim Fußball zu, ich lese gern und ich reise sehr gern. Meine Lieblingsfarbe ist Blau. Blau. Das Projekt finde ich sehr gut und sehr wichtig. Ich habe jetzt auch schon unterschiedliche Ansichten, die Kinder haben, die man als Erwachsener so gar nicht hat. Unterschiedliche Ansichten, wie man Dinge herangeht, was man als Erwachsener so gar nicht mehr sieht. Das finde ich sehr spannend. Was halten Sie von dem Projekt? Von dem Projekt? Ich finde das Projekt super und ich finde es schön zu sehen, wie engagiert die Schülerinnen und Schüler hier mitmachen. Am liebsten hätte ich es natürlich noch, wenn wir dieses Projekt immer in allen Grundschulen durchführen können, sodass alle Kinder in Laatzen in den Genuss kommen und die Erfahrung machen können, wie Politik so bei uns in der Stadt läuft. Dramatische Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017